Leute, was soll das hier? Hättet ihr das nicht morgen machen können? Wir müssen hier gleich eine Show machen. Jetzt noch ein Presslufthammer. So kann ich nicht arbeiten, ey. Gut, wenn der Kollege kein Bock hat, dann mach ich den Bums halt. Herzlich willkommen zur Strauß Prime League. Genau. Bis zum nächsten Mal.